In der Aktuellen Stunde debattierte der Deutsche Bundestag über die bekannt gewordenen Remigrationspläne, die bei einem Geheimtreffen von Rechtsextremisten und AfD-Politikern in Potsdam besprochen wurden. Dabei kam es zu einem kuriosen Moment, der Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas ein Schmunzeln entlockte. Der SPD-Politiker Dirk Wiese zitierte am Ende seiner Rede plötzlich die toten Hosen. Und ich sage zum Schluss, es gibt ein wunderbares Lied der toten Hosen. Die haben 1993 ein Lied geschrieben, das heißt Willkommen in Deutschland. Und das sagen Sie in der letzten Strophe. Es ist auch mein Land, und ich will nicht, dass ein viertes Reich draus wird. Und es ist auch dein Land. Steh auf und hilf, dass blinder Hass es nicht zerstört. Es ist auch dein Land, und komm, wir zeigen gemeinsam, es leben auch andere Menschen hier in diesem Land. Vielen Dank.